leute 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 das was jetzt kommt ist für viele als auch für mich wahrscheinlich das highlight dieses jahres ab nors tour 2.0 der trailer leute der trailer mit dem titel wir sind zurück und diesmal haben wir nicht nur acht folgen auf youtube sondern wir gehen direkt rein auch mit einem kinofilm da ist der vorverkauf heute gestartet also falls ihr vielleicht noch tickets kriegen könnt dann guckt euch das vielleicht mal guckt sich das vielleicht mal an unten in der infobox findet ihr auf jeden fall den link dazu und wir gehen jetzt in den trailer rein ich habe mir noch nichts angeguckt und er geht eine minute 35 wir gucken erst mal konstant durch und dann machen wir pausen wo es was gibt oder sonst irgendwas bin halt leute ich bin halt ich freue mich sehr ich mache mich klein gehen die ecke rein und dann legen wir los leute und dann legen wir los ab nors 20 wir sind zurück ich habe mich extra noch rasierte ich habe mich extra noch rasiert leute kann man kaum glauben oder weil ich muss mir noch was zu trinken ergießen ich muss mir noch zu trinken ergießen vor loslegen und halb ich bin aufgeregt allein schon der trailer wird so manches angel video wahrscheinlich in den schatten stellen ich ganz stark von aus und selbst ich habe jetzt auch meine timeline geskippt und bringe mein angel video erst donnerstag anstatt morgen mittwoch dafür kommt jetzt hier die reaktion let's go wir gehen rein leute let's go wir achten auf alles musik scenerie action die wir achten auf alles ok jetzt erstmal einmal durch gucken leute wir sind da ab north 2.0 das wird vielleicht das abenteuer dieses lebens jetzt gibt es kein zurück mehr wir sind einfach überall orcas um uns herum ich bin unglaublich aufgeregt ich kann es nicht abwarten dass wir jetzt endlich da raus fahren für mich ist es der schönste fleck der europa die wand auf alter der struggle is real schneider time wir haben einfach nichts zu essen ich sehe das dann und weg ich habe nächste folge selbst die dritte fischer art für mich sind der fisch des lebens gefahren ist oder eine megaesche hoffentlich landen wir den dann hätten endlich unsere challenge hier auf den lofoten geschafft das ist ein geistesgang das ist zu viel gerade für mich also der härteste angetritt der ich hier gemacht habe ich habe gänsehaut ich habe so gänsehaut alter leute ich weiß ihr wollt alle jetzt lemmy das unboxing gucken aber das kann ich euch nicht antun wir müssen jetzt noch mal reingehen absolute gänsehaut leute wasser das für ein krasser trailer was jetzt stoppen wir alle die keinen bock haben auch so stop reaction dass ich was dazu sage oder so können jetzt beenden den trailer findet ihr unten in der infobox leute aber jetzt müssen wir noch mal im detail reingehen da ist ja so viele informationen auf uns reingeprasselt alter das wirkt ihr wirklich soll hätten die sonst 7 was wild survival trip gemacht mit notfall action geilen waren alter ich bin gespannt oder ich bin gespannt let's go man let's go wir gehen rein wir sind da ab north 2.0 dass du das wird vielleicht das abenteuer unseres lebens jetzt gibt es kein zurück mehr wir sind einfach überall orcas allein das schon stell vor ihr seite auf dem wasser auf dem kajak oder vom boot ist eine riesen motte und dann und dann solche orcas hoch alter ich traue mich von schweinswahl in der nordsee schon geil und dann sowas boah krass ich bin unglaublich aufgeregt ich kann es nicht abwarten dass mir jetzt endlich da mit dem helikopter hingeflogen ne mit dem heli hin rein in die kajaks rausfahren für mich ist es der schönste guckt euch das an alter jetzt steht euch vor allein nur die wanderung lohnt sich doch schon über den berg und jetzt habt ihr noch angel sachen dabei und wenn ihr am ziel seid geht ihr angeln vielleicht in so ein gebirgsbach oder gebirgsee oder vielleicht auch einfach auf der anderen seite so ein riesiges seetal so ein riesiges tal mit dem see alter megaman was hat er gesagt für mich ist es der schönste fleck europas der schönste fleck europas das alter geil manne regen und wetter struggle is real ey ja ja auch da ist äh fischen ist auch nicht immer einfach auch da gibt es die tage wo man mal schneidert wahrscheinlich ne nicht nur gut vorstellen vor allem dann noch bei so einem kack wetter alter wir haben einfach nicht vorhin auch die survive ich glaube die größte kritik bei der letzten die ich gehört habe war dass man das kritik aber wünsche dass man gerne mehr aus dem camp so mitkriegt und ja ich bin gespannt ich bin gespannt aber so wie der trailer schon wirkte da kriegt man schon so viel background mit und ist ja auch einfach krank was da passiert auf jeden fall nichts zu essen warte wir haben gerade nichts zu essen ne wir haben einfach nichts zu essen das tat das ist also ich denke wirklich das ist so eine survival tour sie haben sich absetzen lassen wer weiß für viele viele tage und wollen sich einfach nur per fisch ernähren denke ich mal krass das ist ein absolutes priviläge ohne witz man das ist ein absolutes priviläge ohne witz die dritte fischer art für mich sind die fisch des lebens gefangen heftig mann vor allem wenn wecky schon sagt fisch des lebens seit aber es ist ja schon für fische gefangen hat wild krass landen wir denn dann hätten wir endlich unsere challenge hier auf den lofoten geschafft ey das wird geistesgleich wow 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 Florian Hilfe Flor Guckt euch dieses Vieh an fuck alter stell vor er kentert in so einem heftigen fluss das erinnert mich jetzt wieder an die jungs von Fishing Team Highlight oder an Dommer einfach der da auch an der Ostsee gekentert ist aber dann auch noch in so einem reißenden Fluss und so alter heftig man ey das ist wirklich kein Spaß das ist wirklich kein Spaß heftig man ey das ist zu viel gerade für mich boah das glaube ich ey so viel Action alles nass immer dann passieren die dinge neben dem Angeln neben den schönen Sachen ich bin so gespannt auf die Folgen alter da ist ja alles mit Beimann also ist mit Abstand der härteste Angeltrip die ich je gemacht habe scheiße alter sorry dann mit diesem Notfalltelefon ne kräftemäßig am Ende ne alter dicker Hecht also diese kräftemäßig absolut am Ende absolut am Ende also danke für alles yes guck dir das an alles hier es entschädigt für alles was ist die helle nass du ist arsch kalt hast du die Doku so kalt boah oh man das glaube ich alter Schwede ich freue mich so drauf ich freue mich so drauf schreibt mir in die Kommentare ob ihr auch so genau so hyped seid wie ich schaut mir in die Kommentare ob ihr schon Kino-Tickets bekommen habt ich werde ein neues mit dabei sein so lange ist meine Arbeit erlaubt und ähm ja ich würde mich auf jeden Fall freuen euch auch zu sehen und ich freue mich auch mega drauf die Up North Tour zu sehen alles davon alles davon war letztes Jahr schon mein absolutes Highlight und das was ich hier gesehen habe werde ich jetzt schon wissen das wird auch mein absolutes Highlight oh man ey an dieser Stelle schon mal nur für den Trailer danke an das ganze Team um Up North herum ey ich freue mich ich freue mich dass wir sowas erleben miterleben dürfen dass wir hier dran teilhaben dürfen geil man alter in dem Sinne falls ihr am Wasser seid ein dickes Petri und äh das allerwichtigste ist bleib gesund ne und ähm ja dicker Kuss geht raus euer IC machts gut Ciao chau Wu und blick bra w pick kind oh posit ring Bis zum nächsten Mal.